Herzlich Willkommen zur heutigen wissenschaftlichen Tagesschau heute bzw. kurzen Vorlesung unserer Mini-Universität, Mini-Online-Universität. Ja, gestern war Thema in einem Artikel die Corona-Kilos und dazu vielleicht die ganz kurze Erklärung. Im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft, es sind diese Corona-Kilos, also dass Menschen zunehmen und immer stärker unter der Esssuchterkrankung leiden, das ist ganz normal und ich zeige Ihnen dazu mal dieses Bild hier nochmal. Sie erinnern sich bei uns, die Diktatur der Sparten, wo sind sie denn hier? Die Gesundheitssparten haben sozusagen Irrtümer aufgebracht und diese Irrtümer, Vorteilbringenden Irrtümer, die den Gesundheitssparten Milliarden von Geldern gebracht haben und uns viel Leiden gebracht haben. Diese Vorteilbringenden Irrtümer werden natürlich von den anderen Sparten, den Nahrungssparten, hier Nahrungssparten, Tabaksparten, Alkoholsparten und so weiter, hat natürlich nicht ungern gehört, weil sie, die Gesundheitssparten haben ja quasi gesagt, Körperkontakt ist lebensgefährlich, haltet Abstand, umarmt euch nicht, schmust nicht miteinander. Das ist ja das gleiche wie die Sexualitätsunterdrückung des Kapitalismus und der Händler, die das Wesen des Kapitalismus ausmachen, nämlich die Unterdrückung der menschlichen, natürlichen Lebenslust, damit es zu Ersatzbefriedigungskäufen im Sinne einer käuflichen Ersatzlust kommt. Und dabei zum Beispiel auch durch mehr Alkohol, Tabakkonsum und so weiter und aber eben auch durch mehr Esssuchtverhalten. Insofern ist also im Kapitalismus das gar keine unerwünschte Geschichte, sondern das ist quasi ganz im Sinne der Grundlinie des Kapitalismus, nimm den Menschen Lustmöglichkeiten weg, in diesem Falle durch Vorteilbringende Irrtümer der Gesundheitssparten, so quasi aus gesundheitlichen Gründen ist euch jetzt Körperkontakt, Sex und Schmusen und so weiter eher abzuraten, sozusagen aus gesundheitlichen Gründen. Das erinnert uns sehr stark daran, dass früher gesagt wurde, ja Selbstbefriedigung würde zu Gehirnschwund führen. Das sind immer die gleichen Muster, die also, ja letztendlich bedeuten, immer werden Vorteilbringende Irrtümer der Gesundheitssparten willkommen geheißen von all den anderen Sparten im Kapitalismus, die auch verdienen, und das sind keine bewussten Prozesse, sondern den Alkohol und Tabak und Nahrungssparten sind sowieso Gedanken, dass Körperkontakt schlecht sei, sowieso sehr nahestehend und sehr vertraut, weil das ja die Basis ihres enormen wirtschaftlichen Erfolges ist. Ich meine, nur in einer Kultur, wo Sexualität zur Seltenheit geworden ist und täglich immer mehr zur Seltenheit wird, ist es ja sozusagen möglich, dass solche riesigen Alkohol und Tabak und also allgemein Nahrungsdrogen, Umsatzzahlen entstanden sind. Das war ja nur möglich, die Ausweitung der Märkte war ja nur möglich und die Ausweitung der Umsätze war ja nur möglich, weil eben die ganze kapitalistische marktwirtschaftliche Tendenz sozusagen war, unterdrücke die natürlichen Lustquellen der Menschen und gebe ihnen die Kaufsucht gegenüber all diesen Produkten. Und insofern erfordert das Nullbewusstheit, also nochmal Absage an alle Verschwörungstheoretiker, der große Fehler aller Verschwörungstheoretiker ist, dass sie die Systemfehler des Kapitalismus, dass sie davor die Augen verschließen, die nichtbewussten Evolutionsverläufe nicht verstehen können und stattdessen irgendwo irgendwelche bösen Monster, Fantasieren bis hin zu den Reptiloiden. Also und das ist eben, das ist verrückt und vor allem ist es strafrechtlich relevant, weil ich kann ja nicht rumlaufen und alle möglichen Leute wie Bill Gates oder andere ständig irgendwie, irgendwelche Verbrechen beschuldigen, für die es keine Beweise gibt und für die es vor allem auch keine Gerichtsurteile gibt oder für die ich noch nicht mal Beweise vorliegen kann, die ich habe, die ich beeiden könnte oder so. Also da macht man sich dann ja sehr schnell selbst strafbar der Verleumdung des Rufmords, der Geschäftsschädigung, was auch immer da eine Rolle spielen kann. Also die Corona-Kilos sind ein ganz normales Phänomen im Kapitalismus. Dann noch eine Kurznachricht, die ja aufgetaucht war. Wir hatten ja, wo ist es? Hier ist es. Am Montag ja wieder diese Wandelgespräche und da zeigte sich nach Anhören ein zentraler, wesentlicher Unterschied. Ein Teil der Teilnehmerinnen sieht eine Aufwärtstendenz in der Menschheit hin zum Besseren und geht davon aus, dass es keine realpolitischen Taten wie ein Wahlbündnis brauche. Die neuere, bessere Welt kommt sowieso. Die naturwissenschaftliche Sichtweise besagt das genaue Gegenteil. Seit 400.000 Jahren kennt die Menschheit nur eine Richtung. Bergab. Zum Beispiel verwandelt der Kapitalismus bzw. die Marktwirtschaft die ganze Welt zunehmend in ein Krankenhaus immer jünger, chronisch krank werdender, lebenslang leidender Menschen, was ja auch die Folge dieser Esssucht ist, vor allem wenn die Esssucht kombiniert wird mit den immer ungesünder werdenden Geschmackstrogen, Essdrogen, die wir im Supermarkt angeboten kriegen und die uns verlocken hin zum Drogenkonsum und so weiter. Ja, weshalb nur die realpolitische Tat, zum Beispiel die Tat des Wahlbündnisses, die Kurve nach oben hin ablenken kann. Und dann habe ich nochmal gepostet, diesen neuesten, den damaligen Artikel, hier leben wir länger, aber länger krank, die also, wo die Wissenschaftler zu ihrem eigenen Erschrecken bewiesen haben, dass wir alle immer jünger chronisch krank werden und immer jünger. Warten Sie, ich mache das mal so, dass Sie das vielleicht auch selber lesen können. Sie können ja das Bild dann immer stoppen. Also hier, diese Forscher haben also erkannt, dass ganz gegen ihre Absicht dieser Studie die Bevölkerung nicht gesunder wird. Übrigens noch als Hinweis, die Bevölkerung wird auch in Kürze immer früher sterben. Das ist in den USA schon der Trend und ist auch in Japan der Trend, dass also der Kapitalismus, die Marktwirtschaft auch die Menschen wieder immer früher sterben lässt. Aber entscheidend ist, diese Menschen haben dann Jahrzehnte in kränklichem Zustand vor sich. Und noch düsterer wird das Bild und so weiter. Und zwar leider immer früher und so weiter. Ja, also ich gebe Ihnen das mal zum Lesen hier. Dann können Sie das alles in Ruhe, die Bildschirm anhalten und also das Video, die Sendung anhalten. Und dann können Sie ja in Ruhe lesen. So, 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 so. Ja, also, dagegen, oh, das ist ja ziemlich lang der Artikel. So, da wird doch mal zu Ende kommen. Ja, also diesen Artikel sollten Sie unbedingt noch mal lesen jetzt hier, wenn Sie ihn noch nicht gelesen hatten. Und dann noch mal zurück hier. Zurück hier. Ah ja, hier muss ich zurückfahren. Ja, und da haben wir noch mal das Problem dieser Wandelgespräche. Da sieht man die groß, aus meiner Sicht natürlich jetzt wieder, aus naturwissenschaftlicher Sicht, aus der Sicht der Weltspitze der Naturwissenschaften, sieht man die riesige Gefährlichkeit dieser neuen Weltreligion Esoterik, ja, dass sie eben eine, in der Fantasie sich das Gegenteil der Tatsachen zurecht reimt, nämlich, dass die Welt ja besser würde und man deswegen inaktiv weiterhin mit dem Kapitalismus mitwirken könnte. Es zeigt sich also, diese Religion ist wieder eine kapitalismusinfizierte Sichtweise. Wir können alles so laufen lassen. Das Gute wird schon von selber kommen. Wir können Kapitalismus und Marktwirtschaft laufen lassen. Und brauchen deswegen also kein Wahlbündnis, um jetzt realpolitisch innerhalb kürzester Zeit eine Änderung zu bewirken. Innerhalb weniger Monate könnten wir es ja schaffen, sozusagen in die Mediendiskussion schon mal zu kommen mit diesem Wahlbündnis, wenn das nämlich erst einmal über 5% kommt im ersten Anlauf, dann ist sozusagen, dann beginnt die Diskussion und dann kriegen wir für dieses Mehr-Demokratie-Wagen dann auch entsprechend, werden auch andere Parteien uns zustimmen, die auch vielleicht sich daran erinnern, dass mit dem Mehr-Demokratie-Wagen auch Willy Brandt damals ja schon Recht hatte. Aber das Problem ist, dass wir das eben gesetzlich, dass wir die ARD und ZDF durch Rahmenbedingungen idealerweise nicht nur gesetzlich per Gesetz dazu zwingen, mehr Demokratie zu wagen gegenüber, zumindest eben jetzt, zumindest gegenüber den Gruppen, die an diesem Wahlbündnis teilnehmen und sich damit auch als aktive und damit überhaupt relevante Gruppierungen erwiesen haben. Also deswegen wird ja das wie ein Club der Willigen gestaltet und ich habe dann auch gefunden, dass also sich jetzt auch eine Gruppierung schon oder eine kleine Gruppe an Leuten, an Privatpersonen gefunden hat, die diese Idee gut findet und jetzt da also richtig sogar Mitarbeiter sucht dafür. Hier sehen Sie zum Beispiel den Text, den ich gefunden habe, eine Annonce, ARD und ZDF-Öffnungswahlbündnispartei. Sie können das ja auch wieder selber lesen. Ich kann das jetzt mal wieder selbst, kann das wieder mal so selbst durchgehen für Sie. Ich probiere mal, ob ich das, wenn ich das so hinkriege, ob Sie das lesen könnten, falls Sie das lesen wollen. Moment, Durchsetzung von, ich gucke mal, geht das so? Sieht gut aus. Solche, eine Annonce war also dann drin, zwar zu finden. Ja, das finde ich doch mal schon sehr schön, dass dieses Wahlbündnis Angestalt annimmt. Die haben auch jetzt schon wieder Kontakt mit dem Bundeswahlleiter aufgenommen. Und ja, in der Hoffnung, dass da etwas möglich ist. Ich mache gerade mal kurz Pause. Ja, und dann eben lese ich mal vor, das ist ja der eigentliche Aufruf, die Einladung, oder der Aufruf zu diesem Wahlbündnis. Ja, wollten Sie nicht auch schon immer gern alle Ihre Konzepte regelmäßig in ARD und ZDF einem Millionenpublikum vorstellen? Ja, jetzt muss ich gucken, was ist hier los? Warum funktioniert er nicht? Die Lösung dafür. Wahlbündnis oder Partei, Alternativkonzepte ständig in ARD und ZDF oder ARD und ZDF, Öffnung, Wahlbündnis, Partei. Nur ausschließlich diejenigen ganz wenigen Gesetzesänderungen werden angestrebt, die es Realität werden lassen, dass diejenigen gesellschaftskritischen Gruppen, Parteien und so weiter, die aktiv frühzeitig genug zum Erfolg dieses Projektes beigetragen haben, zukünftig regelmäßig in ARD und ZDF ihre Argumente vorbringen dürfen. Ja, das heißt, im Bereich des Sonstigen existiert ein sehr hohes Wählerpotenzial, das dann nach Aufrufen durch die Mitwirkenden dieses Wahlbündnisses, die dieser Partei wählen wird, das Wählerpotenzial, also wenn jetzt alle Gruppen, ihre Fans und alle Parteien ihre potenziellen Wähler aufrufen und sagen, bei der nächsten Wahl treten wir ausnahmsweise nicht an, sondern alle stimmen auf dieses Wahlbündnis, wie auch immer der Bundeswahlleiter dann sagen wird, dass das technisch zu geschehen habe, ob das irgendwie eine neue Partei sein muss, eine, die das Wahlbündnis repräsentiert und nur dieses eine Ziel hat, dass diese Initiativen, diese Gruppierungen, die da also mitwirken, sozusagen, also ich lese mal weiter, dann wird es ja schon deutlich, Es ist somit also endlich der Weg gefunden, wie die aktiv Mitwirkenden ständig in ARD und ZDF ihre Argumente vorbringen können, inspiriert auch durch Nobelpreisträger Professor William Nordhaus und Professor Hans-Werner Sinn und ihr Konzept des Clubs der Willigen. So formt sich dieser Club der Willigen. Zuerst in ARD und ZDF kommen diejenigen, die zuerst zwei weitere aktive Projekte dazu gewonnen haben, bevor die Liste geschlossen wurde und die aktiv am Wahlbündnis bzw. der Partei ausreichend mitgewirkt haben. Und dann so weiter gemäß der Reihenfolge des Aktivwerdens vor Listenschließung. Das Wahlbündnis geht davon aus, dass alle diejenigen Initiativen und kleineren Parteien, die wertvolle Verbesserungsvorschläge für Deutschland entwickelt haben, aber bisher in ARD und ZDF weitestgehend unerwähnt bleiben, ein sehr großes Interesse an der Durchsetzung von Gesetzesänderungen haben dürften, die ARD und ZDF zuverlässig motivieren zu ständigen Sendungen mit diesen Initiativen und kleineren Parteien als Live-, Online- und Telefongästen. Ganz im Sinne eines kontinuierlichen innerstaatlichen Vorschlagswesens. Also das einzige Gute, was diese Corona-Zeit gebracht hat, ist, dass jetzt Fernsehen auch in jeder Hinsicht vorbereitet ist, für Telefonteilnehmen auch in Sendungen und Online-Teilnehmen. Ich habe sogar letztens gesehen, wie sie geschickterweise, als sie gemerkt haben, dass der Online-Verbindungston schwächelt. Die hatten nämlich dann die interviewte Person gebeten, gleichzeitig über Telefonleitung dabei zu sein. Und da hat die Regie dann blitzschnell vom Online-Ton umgeschaltet auf den Telefon-Ton, als der Online-Ton angefangen hat zu wackeln. Das zeigt also, dass die Fernsehsender in der Lage sind, dass man nicht mehr durch die Welt reisen muss und dabei einen großen CO2-Fußabdruck hinterlassen muss, sondern dass man mit Telefon in jeder Fernsehsendung teilnehmen kann. Man kann ja Bilder von sich übersenden, die dann eingeblendet werden können und Fotos sozusagen von sich schicken per E-Mail. Und man kann per Online-Konferenz, per Telefontechnik teilnehmen oder eben als Live-Gäste. Ja, und ganz im Sinne eines innerstaatlichen Vorschlagswesens. Sodass dann diese 100 aktiven und ernsthaften Gruppierungen per Wahlerfolg ständig in ARD und ZDF zu Wort kommen, da das Potenzial für sonstige bei Wahlen mindestens 10% beträgt. Ja, und ich denke, wenn auch all die sonstigen alternativen Gruppierungen, die noch nicht in Parteien repräsentiert sind, auch noch alle dann da sozusagen letztendlich ihre Fans aufrufen zu der entsprechenden Wahlstimmenabgabe, dass das dann ein Potenzial von 15% ist oder so. Und dass wir so vielleicht wirklich schneller vorankommen, als wenn wir versuchen sozusagen durchzukommen gegen den Dschungel derer, also der Dschungel ist der, dass der Kapitalismus, ja, das muss ich jetzt nochmal hier erklären. Also, die Marktwirtschaft bzw. der Kapitalismus besteht ja, Moment, ich probiere mal, ob ich das so hinkriege. Ach nein, das ist falsch. Besteht ja, hier, jetzt sehen Sie es, aus unzähligen Sparten, vielleicht 10, 20, 30, 40 Sparten der Gesellschaft, sagen wir mal 20, mindestens 30 Sparten der Gesellschaft, die alle vorteilbringende Irrtümer aussenden, die allen Schaden nur der eigenen Sparte Profite bringen oder Karrieremöglichkeiten verbessern für die eigene Sparte. Und deswegen stehen ja hier, die Striche stehen ja für diese 30 Sparten. Und dadurch kommt es ja zu einer Unmenge, zu einer Überschwemmung unserer Gehirne mit diesen vorteilbringenden Irrtümern, weswegen auch es unzählige politische Verbesserungsvorschläge gibt, von denen eben fast alle völlig unsinnig sind, aber eben sich decken mit den vorteilbringenden Irrtümern dieser Sparten. Das Musterbeispiel ist ja der Mindestlohn, der überall beliebt geworden ist, obwohl er ein vorteilbringender Irrtum der Sozialsparten und der Gesundheitssparten und so weiter ist, weil er zu Millionen von verwahrlosenden Menschen führt, die Kundschaft für diese Sparten darstellen. Denn faktisch ist ein Mindestlohn von 12 Euro ein Arbeitsverbot für alle, deren Arbeitsfähigkeiten oder deren Ertragsleistung unter 12 Euro die Stunde liegt. Also wenn jemand für ein Unternehmen, wenn er eine Stunde arbeitet, nur einen Gewinn von 11,99 Euro bringt, mindestens dann macht dieses Unternehmen mit der Beschäftigung des Mitarbeiters eher einen Verlust als einen Gewinn. Und deswegen müssen langfristig diese Unternehmen innerhalb der nächsten Jahre, werden sie diese Leute freisetzen und ihnen einfach dann solchen Leuten keine Chance mehr geben. Auf der Arbeitsmarkt wird quasi geschlossen für alle, die weniger leistungsfähig sind. Und dieses Arbeitsverbot für weniger leistungsfähige Menschen, die können ja dann höchstens noch in Behindertenwerkstätten einen Arbeitsplatz finden, sozusagen, das führt dann insgesamt zur vollständigen Verwahrlosung dieser Menschen und daran profitieren nicht nur die Alkohol- und Tabak- und Drogensparten und Medikamentensparten und Gesundheitspsychiatersparten und Nahrungssparten und so weiter. Alle Sparten profitieren davon, dass diese Menschen dann also konsumsüchtig, vielleicht computerspielsüchtig werden und so weiter und völlig verwahrlosen und runterkommen. Und alle können Karriere machen in der Betreuung dieser verwahrlosenden Menschen. Und ja, das ist eben der Punkt. Und wo war ich jetzt gewesen? Ich war hier gewesen, ja. Und deswegen lese ich jetzt nochmal diesen Satz in diesem Sinne und da kommen wir auch nochmal zu Willy Brandt, ja. Sodass dann diese 100 aktiven und ernsthaften Gruppierungen per Wahlerfolg ständig und in ARD und ZDF zu Wort kommen, da das Potenzial für Sonstige bei Wahlen mindestens 10% beträgt, also vielleicht sogar 20% und auch größere Parteien dann als Mitabstimmende für mehr Demokratie wagen in ARD und ZDF stimmen dürften. Das heißt also, wenn wir sie dann eben an Willy Brandts mehr Demokratie wagen erinnern und fragen, es ist doch merkwürdig, wir wissen natürlich genau, warum das so geschehen musste, dass in ARD und ZDF quasi kein Interesse mehr daran bestand, an einem innerstaatlichen Vorschlagswesen im Sinne von mehr Demokratie wagen und ein zu Wort kommen lassen, all der anderen Gruppierungen und vielleicht sogar, wie ich es ja empfohlen habe, ja eben sogar dann einer Champions League, Fußball-Champions League, der Verbesserungsvorschlägegeber mit repräsentativen Wählerstichproben und Durchführung von Wahlsendungen und mit Hilfe des Bundeswahlleiters, die dann auch vielleicht sogar als Wahlen gelten könnten und so weiter. Ja, also das sind so die Dinge, die da eine Rolle spielen könnten. Ja, also soviel zu dieser kurzen wissenschaftlichen Tagesschau heute beziehungsweise dieser kurzen Vorlesung unserer Mini-Universität. Ja, am Samstag geht es ja weiter mit der nächsten Live-Sendung. Tschüssi, bis bald.